Da sind wir, ein Level für dich von Selim Effe mit einer Abschlussrate von 7% und ja, es ging jetzt ganz schön schnell mit der Aufnahme. Sorry, ich wollte es eigentlich noch kurz vorstellen, aber ich habe außerdem zu schnell gedrückt. So, ein Level für mich von dem Selim Effe alias Selim Effe. Und wir gucken uns das Ganze mal an. Eine Abschlussrate von 7% hätte ich jetzt echt nicht gedacht. Nur Pilze! Da ist eine Röhre, da ist auch eine Röhre, da kann ich nicht rein, da kann ich nicht rein. Das ist ein Yoshi. Wieder nur ein Pilz. Kann ich da rein? Kann ich da rein? Nein. Okay, das war definitiv eine sehr schnelle Folge. Ich bedanke mich jedenfalls bei Selim Effe. Sorry, Selim, das ging jetzt sehr schnell. Das war jetzt so nicht gedacht. Ich wollte mich hiermit ganz herzlich bei euch bedanken fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal und ich bin euer Torhott Rhein. Tschö, tschö.